Oh, es geht denn jetzt nun weiter mit dem Park Elf des Geplates. Und zwar, muss ich hier gucken, ob ich Getreide habe? Nee, noch nicht. Also könnte ich hier erstmal weitermachen. Die Schaufel, die ich hier habe, ist das auch gebraucht. Ja, ich werde hier eine neue herstellen wollen, aber ich habe hier noch... In die Truhe kann ich noch was sagen, ich habe eine Erde. Und die Steine, wo ich nicht verstehe. Können wir jetzt zwei Schaufeln erstellen. Spitzacken, aber ich nehme noch genug. Und erst mit dem... ...und diesen Bau weitermachen. Und diesen Bau geht weiter. Und ich werde das auch noch machen mit der Hacke. ...und einen Pyramidenbaum. Also, da hinten soll die entstehen. Die Mühe lassen wir hier sein Leben, weil das gibt's ja nicht. Die spawnen ja nicht hier nach. Man muss sich nicht züchten. Aber wieder soll die entstehen. Wie soll diese Pyramide entstehen? Ich kann das jetzt auch nicht zumachen. Und hier sollte diese Pyramide gebaut werden. yeah, ich kann das auch nicht zumachen. Ich darf das auch nicht zumachen. Ich werde das jetzt noch nicht mehr probieren. Ich werde das schon noch malom roh in den Pappen. Ich werde das noch nicht erwischen. Wurde. Dann hat sich gut noch mehr Sandsteine gesammelt, um schöne Pyramide aufzubauen. Das ist nicht so. Ich glaube, dass irgendwer geratet. Ich kann auch nicht mehr weg hier. Unsere Schaufel ist abutgegangen. Ich habe das ganze Zeit aufgenommen. Ich bin schon weg mit der Erde. Heute Abend ist ja auch der Finale. Deutschland gegen Argentinien. Mein Schiff ist ja, sag ich immer noch, 3-1 für Deutschland. Weil die ja so gut gegen Brasilien gewonnen haben. Und dann glaube ich auch, dass die auch noch verlangen. Die haben ja auch schon verlangen einen Titel. Die vierten Titel, diesen Stern draus zu kriegen. Und dann glaube ich auch, dass sie gewinnen werden. Und dann hat sich auch frei lassen. Da hat man gerade einen Reingang in den Sandstein verpackt worden. Dann haben wir noch die Reingang. Dann haben wir noch die Reingang in den Sandstein verpackt. Und dann haben wir noch die Reingang in den Sandstein verpackt worden. Da muss man rauskannen. Dieser Geheingang. Dieser Geheingang. Dieser Angebauter Block. Ich glaube, ich werde die Rennerdistanz ein wenig runterstellen. noch hier auch jetzt stellen und trotzdem wieder neu läuft das flüssiger ich glaube ich werde noch mal wieder zu diesem Sand hochgehen dass ich da einen neuen Sandstein hole um die Pyramide fertigzustellen weil das ist nämlich den Sandstein den ich jetzt hier im Inventar das ist nämlich alle Sandsteine das wird wahrscheinlich reichen ich werde den Sandstein hier verbauen in Form einer Pyramide wie schön wir dann weiterbauen die Sandstein dann wird die dritte Ebene fertig und den Erdblock dazieren und die weiterbauen das sieht schon mal aus aber es wird wahrscheinlich die reichen Sandsteine gehen ab die immense Menge die das verbraucht genau wenn das eine hohe Pyramide ist also das können wir hier weiter das machen wir verbauen das werden wir hier breite der Dommachverbauung vielleicht 1 Auf jeden Fall brauchen wir jetzt nämlich einen Spitzhacken weniger. Einen Spitzhacken noch zu weniger. Trotzdem verbaut man nicht. Wow. So viel Satzstand verbraucht das. Braucht man mehr, ey. So eine Spitzhacken verbraucht das die Sandsteine. Das ist gerade mal die vierte Ebene, die ich fertig habe. Vierte Ebene ist da. Die fünfte Ebene. Was hat die denn denn Ende entgegen? Ach, rausgepeilt. Nur mal Geheingang geraten. Die fünfte Ebene. Die fünfte Ebene. Die fünfte Ebene. So ist mal schnappend. Oh, hat ein schöner Sonnenuntergang hier. Ganz schön aus dem Sonnenuntergang. Ich bin jetzt erstmal wieder nach Haus und schlafen. Aber ich will nur nicht gerne in der Nacht die Kommute bauen. Schlafe erstmal. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt geht's weiter. So kann man sich abwecken. So kann man sich dann nach seinem Bett versuchen ins Bett zu gehen. Das schafft man natürlich irgendwie nicht. So kann man auf der Erde beginnen. Oder die Uni-Pyramide. Oder die Uni-Pyramide. Oder die Uni-Pyramide. Die Uni-Pyramide. Oder die Uni-Pyramide. Der erste Bauwerk hier. Eine Pyramide. Oder nein, das ist mein zweites Baureck nach meinem Grundhaus. Ja, was meinst jetzt denn? Ich schmeiß den Sandstein einfach raus und... ...schmeiß den Sandstein einfach weg und... ...und wird ja auch mit Acken gespüßt. Guck mal kurz, wie lange ich den aufnehme. Neun Minuten. Geht dann, kann ich dann noch ein bisschen machen. 5. Etage. Die schönen Seite zu bauen. Und so wie er ein Stack verbraucht... ...habe ich nur noch knapp 5 Stacks habe ich nur noch. Das ist nicht mehr viel. Neeeeee. Sonst kommt irgendwie auch Puh. Deswegen schmeiß den ganzen Blöcke alle zurück. Hm. Jetzt müssen wir weiter bauen. 5. Etage ist fertig. 6. Nein, ich bin von mir nicht. Wir müssen den App-Programm treffen, schon weiter bauen. Die nächste Ebene. So, wieder ein Steck verbraucht, hat nur noch knapp 4. Diese Erdböcke werden die Nachböcke wieder abreißen. Glauben wir sonst vielleicht jemand auch mal eine zweite Phoramide aus Stein bauen. Zweite Phoramide aus Stein. Und dann muss ich hier diese Sandsteinphoramide wegkriegen. Also hier die 3 haben. Hier jetzt schon die 6. Ebene. Und jetzt haben wir noch knapp 3 Stecks. Die sind noch ganz schnell aufgebraucht hier. Was ich jetzt zum Schluss sagen möchte, ist, die Deutschen sollen natürlich gegen Zoom gewinnen. Und gegen mal so einen langsamen Tag am Ende geben, um die auf- und aufzunehmen. Auf Wiedersehen. unci